Das Besondere ist, dass 42 Aussteller alles bieten, was Großbritannien so zu bieten hat, aus Handel, Handwerk und Dienstleistung. Vor allem die Handwerker, die arbeiten seit gestern Morgen schon sehr hart, um ihre Stände aufzubauen und zu zeigen, welche Qualität sie präsentieren können. Die Besuche erwartet auf der Bühne dann ein sehr umfangreiches Programm über die ganzen zwei Tage hinweg. Morgen Abend, am Samstagabend wird eine Messeparty stattfinden mit einer Kuppel und jetzt bei dem Wetter steht natürlich sensationell Gold.